Ja, Servus und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar gebe ich euch halbfach heute mal wieder ein kleines Update, was bei uns so in den letzten Wochen und Monaten hier im Haus passiert ist. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht und die letzten Videos sind eigentlich immer ganz gut angekommen. Und ja, heute möchte ich einfach mal mit euch wieder durchgehen, welche Neuerungen hier stattgefunden haben und welche Upgrades unser Haus praktisch bekommen hat und auch der Garten. Fangen wir hier einmal in unseren Hauswirtschaftsraum an. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen entschieden, eine Enthärtungsanlage einzubauen, da wir bei uns hier im Baugebiet eine Wasserhärte von über 22 Grad hier haben. Was immer das Problem hatte, dass natürlich alle Armaturen, die Kaffeemaschine und so weiter ständig entkalkt werden musste. Und wir haben uns dann einfach mal auf die Suche nach einer Enthärtungsanlage gemacht. Da gibt es ja die großen Anbieter wie Grünbeck etc. Aber die waren uns dann einfach ein bisschen zu teuer. Und so haben wir uns jetzt für eine Enthärtungsanlage der Firma ACMOS entschieden. Und zwar nennt die sich R2D2-48. Die gibt es auch noch in größer und kleiner. Für unseren Haushalt mit hier 4800 Liter Zirkulations- oder wie man das nennt Menge, ist die auf jeden Fall ausreichend. Das habe ich beim Hersteller auch vorher dann erfragt. Und dann haben wir hier einmal so einen Montageblock, wo man hier sehen kann, hier kommt das Wasser rein. Hier geht es einmal in die Anlage, wird hier drin enthärtet, geht hier wieder in den Wasserkreislauf zurück. Und in der Mitte hat man so einen Bypass, den man praktisch auch zu- und aufschrauben kann, damit die Enthärtungsanlage, wenn sie mal nicht funktioniert, eben vom Netz genommen werden könnte. Und hier unten an diesen unscheinbaren Schlitzräubchen, hier in der Mitte, wird der Härtegrad eingestellt. Und mit einer Flüssigkeit, die im Lieferumfang dabei ist, kann man dann den Härtegrad im Nachhinein eben messen. Auf das Grad genau, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt hier bei uns knapp 4 Grad deutsche Härte eingestellt. Ich glaube zwischen 4 und 8 Grad ist so empfohlen. Wir haben uns jetzt einfach mal für 4 Grad testweise entschieden und bis jetzt läuft die Anlage super. Habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Kostet im Gegensatz zum Beispiel in der Grünbeck-Anlage, kostet diese Anlage hier gerade mal 500 Euro. Also schaut da gerne in der Videobeschreibung unten mal vorbei. So, dann machen wir hier mal bei uns im Außenbereich weiter. Und zwar haben wir uns im Internet eine sogenannte Wunderhecke bestellt. Die haben wir, wie ihr hier sehen könnt, bereits eingepflanzt. Das ist hier entlang unserer Einfahrt, einfach um eben hier ein sauberes, geschlossenes Heckenbild noch zu bekommen. Und diese Wunderhecke, die kann ich euch unten in der Videobeschreibung auch mal verlinken, ist quasi eine speziell gezüchtete Ulmenart, die ein Wachstum von 1,50 Meter bis 2 Meter pro Jahr verspricht. Bei richtigen, ja, Schnitt, Rückschnitt praktisch. Und dazu ist die Hecke natürlich auch noch extrem günstig. Wir werden diese Hecke allerdings nicht bei uns komplett ums Grundstück machen, sondern die ist lediglich jetzt hier für die Einfahrt gedacht, für den oberen Bereich. Und gepflanzt haben wir die Hecke im Endeffekt mit unserem Erdbohrer. Haben hier jeweils Löcher gebohrt in die Erde. Haben dann Pflanzerde eingegeben, ein Düngemittel. Und dann eben diese einzelnen Stäbe hier schön eingepflanzt. Und mehr ist im Endeffekt nicht zu machen. Oder das Wachstum der Hecke entscheidet ihr im Endeffekt selbst, indem ihr die Hecke viel gießt oder eben nicht. Umso mehr ihr gießt, umso schneller wächst die Hecke. Und wir haben die jetzt einfach mal ausprobiert. Der kostet ein Stängel aktuell, glaube ich, 1,20 Euro, 1,30 Euro. Also sehr, sehr günstig. Und die Hecke muss alle 20 cm gepflanzt werden, damit man eben ein schönes Heckenbild erhält. Und um es ganz dicht zu bekommen, müsste man jetzt dahinter quasi in zweiter Reihe nochmal eine Reihe machen. Aber uns würden hier einfach aus Optikgründen so einzelne Hecken pflanzen. Oder einfach so eine Hecke aus einzelnen Pflanzen eben würde uns hier genügen. Wir haben jetzt hier insgesamt mal 25 Stück verpflanzt. Und wenn die gut wachsen sollten, werden wir das Ganze noch hier hinten entlang der Mauer fortführen. Aber jetzt erstmal zum Testen einfach mal hier im vorderen Bereich diese 25 einzelnen. Ich denke mal, die Wärmung verspricht zumindest einiges. Hoffen wir mal, dass es auch so funktioniert. Ansonsten ist nicht allzu viel Geld kaputt gemacht. Das war Punkt 2, unsere Wunderhecke, die wir gepflanzt haben. Hier seht ihr nochmal den gerade erwähnten Erdbohrer. Das Ding ist wirklich absolut zu empfehlen. Das ist von Einhell. Hier oben, der sitzt nicht drauf. Mit dem Akku praktisch betrieben. Und das Ding hat so viel Power, dass ihr ja wirklich, wenn ihr das nicht richtig festhaltet, das gefühlt euch die Handgelenke bricht, wenn ihr so auf den Widerstand stößt beim Bohren. Wir haben hier einen sehr, sehr lehmhaltigen Boden. Und dafür hat das Ding wirklich top Arbeit geleistet. Erleichtert so einiges, gerade beim Heckenpflanzen, Pflanzen oder auch bei Zaunfundamentensätzen usw. Ist das Ding echt Gold wert. Auch das kann ich euch gerne unten in der Videobeschreibung einmal mit einem Link kennen. So, dann haben wir hier außen im Süden uns jetzt, bis unsere Entscheidung quasi für eine richtige PV-Anlage gefallen ist, hier einmal ein Balkonkraftwerk angeschafft. Das Balkonkraftwerk hat einen Wechselrichter und wird hier einfach in die normale Haushaltssteckdose eingesteckt. Und insgesamt haben wir zwei Paneele. Die sind jetzt hier erstmal nur provisorisch, bis unsere Terrasse da ist, beziehungsweise die Terrassenüberdachung da ist, hier so hingestellt. Die haben insgesamt die Paneele ca. 400 Watt pro Paneele. Und einen Wechselrichter, der allerdings nur gesetzlich 600 Watt schaffen oder machen darf, mit verbaut. Das Ganze wird jetzt einfach in die Steckdose eingesteckt und schmeißt praktisch ein. Den Strom muss man im Idealfall gleich selbst verbrauchen, genau, weil halt dann nichts natürlich gespeichert wird oder halt eben an den Versorger weitergegeben wird, sondern halt einfach zum Eigenverbrauch. Und Strom nimmt halt eben dann den Weg des geringsten Widerstandes, sucht sich hier im Innenraum, beispielsweise in den Kühlschrank oder die Waschmaschine, die läuft und wird dann direkt verbraucht. Dazu gibt es aber demnächst noch ein eigenes Video über diese Anlage, einfach was sie bei uns einspeist. Sie hat jetzt natürlich hier eine gute Lage direkt im Süden, kein Schatten. Aber dazu, wie gesagt, gibt es nochmal demnächst ein eigenes Video. Das war Punkt 3, unser Balkonkraftwerk. Ja, und hier im Spritzschutz haben wir auch noch unser Federgras, das ich letztes Jahr gepflanzt habe. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das standardmäßig mit der Zeit so aussieht oder ob die Pflanze halt einfach tot ist. Ich werde sie jetzt einfach diesen Sommer mal noch, ihr nochmal eine Chance geben, ob sie nochmal kommt oder wächst oder ob das beim Federgras eben normal ist, dass die so braun wird über den Winter. Aber wenn sich da nichts tun sollte, dann wird das Ganze hier nochmal ersetzt. Das soll ja entlang unserer Spritzschutzstreifens eben ein schönes grünes Bild ergeben zu dem ganzen Grau. Aber so wird das erstmal nichts. Aber, wie gesagt, ich muss mich in das Ganze erst ein bisschen reinfuchsen und somit lasse ich die Pflanze jetzt erstmal. Und dann gucken wir mal, ob sie nochmal aufblüht oder nicht. So, und hier oben im Flur sind auch noch ein paar Sachen. Und zwar haben wir hier diesen alten Ikea-Spiegel, der eigentlich mal Gold war, lackiert, damit ihr hier dezent schön in den Flur ins Treppenhaus reinpasst. Und wir haben auch, ich filme jetzt mal nicht zu hoch, hier ist noch ein Hochzeitsbild von uns, auch hier eine Wand im Flur noch in so einem Beige gestrichen. Einfach damit hier die Schuhschränke bzw. die Einwürfe für den Wäscheabwurfschacht hier quasi ein bisschen schöner zur Geltung kommen. Also, die Wand ist mit so einem weißen Rahmen bis zur Decke gestrichen. Und wir haben hier oben soweit dann eigentlich nichts mehr gemacht. Das einzige im Schlafzimmer jetzt noch eine Wand. Aber das ist die gleiche Farbe wie schon hinterm Bett in so einem Grün. Ja, und viel mehr ist hier in letzter Zeit jetzt auch nicht passiert. Wie gesagt, jetzt wird es ja langsam außen wieder warm. Das heißt, wir werden uns soweit darum kümmern, dass unser Außenbereich, unsere Außenanlagen heuer fertig werden. Also das heißt, Terrasse pflastern, Beete anlegen, Gattenzaun noch komplett ums Grundstück rum, Hecke anpflanzen, dann Humusboden, gesiebten Humusboden anliefern lassen, verteilen, dann Rasen ansäen natürlich und all diese Sachen. Also das ist jetzt das große Ziel, heuer nochmal richtig hier Gas zu geben und dann hoffentlich Ende des Jahres mit den Außenanlagen ziemlich durch zu sein. Wir wollen auch noch ein paar weitere Sachen außen machen, aber da müssen wir erstmal gucken, wie weit wir das heuer noch schaffen. Aber wie gesagt, so die Basics, das wäre uns schon ganz, ganz wichtig, dass wir damit auf jeden Fall dieses Jahr noch durchkommen. Ja, und soweit würde ich jetzt einfach mal sagen. Ein kleines Update-Video hat es ja wie gesagt schon länger nicht mehr gegeben. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und kommentiert fleißig und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.